Aufschlag, weil mit meiner Größe eigentlich ein guter Vorteil sein kann. Die Wundelten, weil ich auch mit meinem Aufschlag eigentlich da die meisten Punkte machen sollte. Handy, weil das Typische in einem Alter, dass man am Handy sitzt. Roger, weil er schon ewig ein Lieblingsspieler ist. Whatsapp, weil man da eigentlich eher am Tag drauf ist als auf Facebook. Weiter nicht gut. Playstation, weil ich selber eine zuhause habe. Jeep, weil es für meine Größe besser ist. Sand Curls, weil er einen geilen Surfer hatte. Beides nicht schön. Schach, weil man da mehr nachdenken muss. Bayern oder BVB? Bayern natürlich, weil ich selber Bayern-Fan bin. Zukunft. Weil, das ist eine gute Frage, weil man da nicht weiß, was passiert. Realist, weil ich eigentlich ziemlich alles realistisch sehe. RTL, nicht wegen dem Assi-TV, aber weil ich lieber RTL abends gucken. Sportstudio, weil es besser an meine Uhrzeit reinpasst. Ordnung, weil ich selber eigentlich ordentlich bin. Fleisch, Fleisch. Stop, weil ich da selber hinlaufen muss. weil ich ömentee mich selberentes auf das Problem habe, aber four müssen seid. Untertitelung des ZDF, 2020